Vier Freunde haben jeder ein Geschenk mitgebracht, das sie in einen Korb legen. Anschließend ziehen sie die Geschenke, um sie zu verteilen. Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird keiner der Freunde das Geschenk ziehen, das er selbst mitgebracht hat? Hier handelt es sich natürlich um Fakultät von Vier, das heißt 24 Möglichkeiten, die wir sehr schnell aufgeschrieben haben. Aus diesen Möglichkeiten entfernen wir jetzt alle Möglichkeiten, wo A in der ersten Spalte steht. Also streicheln wir all diese sechs Möglichkeiten. Jetzt streicheln wir noch alle Möglichkeiten, wo B in der zweiten Spalte steht. Das sind diese vier blauen Möglichkeiten. Jetzt streicheln wir noch alle Möglichkeiten, wo C in der dritten Spalte steht. Das sind diese drei grünen Möglichkeiten. Und letztendlich streicheln wir noch alle Möglichkeiten, wo D in der vierten Spalte steht. Das sind noch diese zwei Magenta-Möglichkeiten. Die Möglichkeiten, die jetzt noch bleiben, sind die Möglichkeiten, die in Frage kommen. Es sind eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Es sind neun Möglichkeiten auf insgesamt 24, das heißt die Wahrscheinlichkeit liegt bei drei Achten. Und demzufolge ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten. Geist. Die 하나�ers müssen die über die unterkenden Spalte suchen. Vielen Dank.